Als Kunde komme ich jetzt hier rein in den neuen Ausstellungsraum und werde hier begrüßt von den beiden Buchberaterinnen. Wenn ich dann Bücher aussuchen möchte im neuen Ausstellungsraum, werden mir die Buchberaterinnen einen Handscanner in die Hand geben. Mit dem gehe ich dann einfach durch die Regale und schaue mir an, was ich bestellen möchte. Sobald ich ein Buch finde, das mir gefällt, werde ich den Scanner einstellen und das Buch scannen. Musik Dann gehe ich mit dem Handscanner zu den beiden Buchberaterinnen und dort werden meine Dateien in den Onlineshop direkt eingespielt. Dann stelle ich das Gerät in die Downloadstation und die Daten werden dann mit Hilfe der Buchberaterinnen in meinen Warenkorb übertragen. Dort kann ich nochmal nachprüfen, ob alles so stimmt, was ich bestellt habe, ob ich noch etwas dazu haben möchte oder etwas aus Versehen bestellt habe. Dann kann dies an dieser Stelle gelöscht werden. Anschließend kann ich dann Serviceoptionen angeben, ob zum Beispiel Bücher eingebunden werden sollen oder mit Titeldaten versehen werden. Und wenn ich soweit bin, dann gehe ich auf jetzt kaufen und die Bestellung geht zu unserem Großhändler nach Stuttgart. Der bearbeitet die Bücher dann so, wie ich es angegeben habe. In drei bis fünf Tagen liefert er sie aus und schickt sie an mich nach Hause. Wir wünschen Ihnen viel Spaß in diesem Onlineshop und viel Freude beim Stöbern darin. Untertitelung des ZDF, 2020